Hast du da für den Käse auch noch Platz? Das ist genug. Ein bisschen verkatert noch. Möchte jemanden wagen? Ich gerne. Wie würdest du die Acting Accomplices in einem Wort zusammenfassen? Formels-Netzwerk. Das sind zwei. Ja hallo, ich bin der Thomas Ullrich. Hallo Thomas. Und ich bin der Regisseur der Acting Accomplices, also der künstlerische Leiter, genau. Ja, exakt. Das wird mir jetzt gerade souffliert. Am Anfang dachte ich, das ist ein Theaterensemble, habe ich das so definiert. Aber mittlerweile ist es irgendwie nicht mehr nur noch Theater, sondern es kommen ganz viele andere Bereiche dazu. Hi, ich bin der Julius. Ich mache das Sounddesign. Hi, ich bin Angela Krumpholz und ich kümmere mich um die Pressearbeit. Hallo, ich bin Marius Bechen. Ja schon. Ich bin Schauspieler und kümmere mich um die Steuersachen. Hi, ich bin die Gynisch und kümmere mich um das Design, genau wie der German, der nicht hier ist und der mag Daniel auch. Ich bin Lisa Biel, ich bin die weibliche Schauspielerin. Ja, meine Acting Accomplices. Mein Name ist Martin, ich bin verantwortlich für die Webseite und Newsletter. Hallo, ich bin Neumas und ich bin Schauspieler mit dabei und ansonsten für die Orga und Produktion und so ein bisschen so Kram. Hallo, ich bin der Paul. Ich bin auch Schauspieler. Und ich mach irgendwie ganz viel drumherum auch, glaube ich. Hallo, ich bin Sarah und ich bin die Dramaturgin in der Produktion, wenn ich nicht gerade als Zuflöse arbeite. Da fehlt noch der Matthias, der ist Bühnenbildner, der konnte leider nicht hier sein, der ist glaube ich im Urlaub. Und dann gibt es noch die Nina, die macht die Kostüme. Und die Hanna. 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 Unsere Regieassistentin und die Hanna. 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 Genau, die Hanna, die macht die Animationen. Sehr krasse Animationen für der Freund krank. Der Stockmann, den wir jetzt gerade machen. Ich meine, das waren, ich weiß nicht, gefühlte 300 Seiten. Und das ist eine wahnsinnig tolle Sprache. Und die haben wir so gut wie möglich versucht, rauszuarbeiten und ganz klar auf den Hut zu bringen. Das muss ja furchtbar sein für dich, hier vorweg zu sitzen und zu wissen, wie schön ich mal war. Jura! Hör mal! Sache! Hör mal! Es ist geil auszuprobieren, wie das jetzt der Theater an Umsatz war. Für unseren Freund brauchen wir was wirklich? Was brauchen wir denn echt am meisten? Ich meine, wir haben ja schon, ich habe jetzt gerade dran gedacht, coole Leute, die man bezahlen kann. Aber die coolen Leute haben wir ja schon, aber die würde ich gerne gut bezahlen. Dann wäre es aber auch super, wenn wir diesen Proberaum renovieren könnten. Und er will normal lange Hosen besitzen. Wäre schön, ich hab gesagt, nice to have, hab ich gesagt. Ja, wäre schön, wenn wir noch ein bisschen Geld hätten, um noch einen Biber zu kaufen, weil dann wird die Qualität, das von dem, wie wir die Geschichte erzählen können, einfach nochmal besser. Und das ist dann für alle geil. Für uns und für die, die es sehen. Und das ist dann für alle geil. Das ist besonders wichtig auch einfach. Wir haben ja quasi ein Instrument mehr dann für die Zukunft. Genau. Ich glaube schon. Hier sind die Äcklinge. Hier sind die Äcklinge. Nochmal alle. Im Chor. Auf drei. Ein Kanon. Auf Chor. Schafft ihr das? Können wir den vorher proben? Wir sind oder nur Äcklinge. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Vielen Dank.